Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht es um die Laufschwingung von Schusswaffen. Genauer, wie man das historisch gesehen erkannt und gemessen hat, wodurch sie entstehen, welche Auswirkungen sie auf die Präzision haben und welche technischen und konstruktiven Mittel zur Reduzierung angewendet werden können. Viel Spaß dabei! Eine der ersten dokumentierten Untersuchungen bezüglich der Schwingung von Gewehrläufen wurden bereits im 18. Jahrhundert vorgenommen. Bekannt sind hier die Publikationen von Hauptmann Hensch 1873 mit Ballistik der Handfeuerwaffen und Major Weigand 1876 mit Abgangswinkel und die Methoden seiner Bestimmung. Darauf aufbauend haben Anfang des 19. Jahrhunderts Karl Richard Koch und Karl Julius Kranz eine ziemlich detaillierte Untersuchung über drei Artikel vorgenommen, welche sich diesem Thema widmen. Primär haben die beiden ihre Untersuchungen, wie Weigand 25 Jahre früher, anhand des Mausergewehr 71 durchgeführt. Auch wenn wir heute ganz andere Hightech-Methoden zur Verfügung haben, von Hochgeschwindigkeitskameras bis zur rechnergestützten Auswertung, wurden für die damalige Zeit ziemlich beeindruckende Messungen vorgenommen. Was sind überhaupt Laufschwingungen? Schon im 18. Jahrhundert wurde beobachtet, dass beim Schießen die Anfangstagente der Geschossflugbahn nicht mit der Laufachse übereinstimmt, sondern um einen bestimmten Winkel Epsilon mit oder gegen diese geneigt ist. Diesen Winkel nennt man Abgangsfehlerwinkel und der variiert von Waffe zu Waffe, Geschossgewicht, Pulverladung, dem Verschlusssystem, der Laufkontur, Lauflänge, ob und wo zum Beispiel Ringe den Lauf am Schaft halten und vieles mehr. Der Abgangsfehlerwinkel beeinflusst direkt die Präzision einer Schusswaffe. Das heißt, neigt eine Waffe zu einer Vielzahl von anstarken oder überlagerten Schwingungen beim Schuss, kann sich der Schütze noch so sehr anstrengen, die Trefferquote wird eher bescheiden ausfallen. In der heutigen modernen Zeit werden Waffen, insbesondere Langwaffen mit aufwendigen Simulationsverfahren, auf Herz und Nieren mit unterschiedlichsten Munitionssorten und Ladungen digital simuliert und die gröbsten Schnitzer bereits bei der Konstruktion im Rechner erkannt. Hinzu kommt, dass heutzutage die verwendbaren Materialien, Legierungen und Werkzeugmaschinen eine ganz andere Qualität und damit eine wesentlich geringere Serienstreuung aufweisen. Daher sind zum Beispiel heutige Selbstlader wie das AR-15 trotz der mechanischen Einflussfaktoren wesentlich präziser als ein Selbstlader und oftmals auch ein Repetierer aus dem 19. Jahrhundert. Die Serienstreuung war zur damaligen Zeit im Vergleich zu heute enorm. Heute kann jeder mit einer Actioncam oder seinem Handy und dem Slowmotion-Modus eine Aufnahme anfertigen, welche zur damaligen Zeit pure Science-Fiction gewesen wäre. Ich habe hier mal eine Aufnahme des SDG44 beim Schuss gemacht. Man sieht deutlich die starke Bewegung des Laufs in dieser simplen Handaufnahme mit einem kleinen Kamerakästchen. Im Gegensatz zum AR-15 ist das SDG bezüglich der Präzision das beste Beispiel dafür, was sich konstruktiv und materialmäßig in den zurückliegenden Jahrzehnten in der Waffenentwicklung technisch positiv getan hat. Wir haben heute unsere kleinen Zauberkästchen, aber wie wurde das damals überhaupt untersucht? Im 19. Jahrhundert gab es noch keine Rechner oder Hochgeschwindigkeitskameras, die derartige Simulationen oder Beobachtungen hätten durchführen können, aber man hat sich ziemlich clevere Tests einfallen lassen. Die Tests zur Ermittlung des Abgangsfehlerwinkels und der Laufschwingung waren zum Beispiel folgende. Man arretierte das Gewehr in einer festen Halterung, stellte eine Zielscheibe in kleiner Entfernung von 10 Meter zum Korn auf und hat dann die verlängerte Laufachse, welche die Scheibe trifft, bestimmt. Hierzu kann man entweder aus Visierwinkel, also Kimme Korn und der Entfernung, den Punkt auf der Scheibe errechnen oder zum Beispiel bei einem Repetierer nach dem Entfernen der Verschlussteile von hinten durch den Lauf blicken und den entsprechenden Punkt markieren. Von diesem Punkt auf der Scheibe ging man dann noch die kleine Strecke abwärts, welche dem freien Fall des Geschosses von der Mündung bis zur Scheibe entspricht. Bei den heutigen schnellen Kalibern, wie zum Beispiel .223 Remington, .308, aber auch 8 mm Mauser, ist das auf dieser Entfernung im Prinzip zu vernachlässigen. Bei größeren Kalibern, vielleicht sogar mit Schwarzpulver, sind es auf jeden Fall einige Millimeter. Jedenfalls hat man damit den Punkt, an dem das Geschoss theoretisch die Scheibe treffen müsse. Tatsächlich beobachtet man nun, dass der wirkliche Treffpunkt zumeist höher oder niedriger liegt. Aus diesem, eher einfachen Test lässt sich theoretisch ein Abgangsfehlerwinkel berechnen, aber dadurch, dass hier nicht bekannt ist, um was für eine Bewegung bzw. Schwingung es sich handelt, waren die Ergebnisse höchstens zum Nachweis tauglich, dass es überhaupt einen Abgangsfehler gegeben hat. Etwas praktikabler war der optische Test mit einem Lichtspalt, Linsen und einer fotografischen Platte, die man dann gleichmäßig bewegt hat während der Schussabgabe. Das resultierende Oszillogramm ließ dann eine wesentlich genauere Auswertung zu. Aus wesentlich reduziert hat man dabei erkannt, dass Gewehrläufe zumindest im Grundton und ersten Oberton schwingen müssen, ähnlich einem Metallstab, der an einem Ende eingespannt angeschlagen wird. So interessant die ganzen Schwingungskurven sind, ist es von viel größerer Wichtigkeit zu ermitteln, zu welchem Zeitpunkt das Geschoss den Lauf verlässt, denn nur der Schwingungszustand im Augenblick, in dem das Geschoss den Lauf verlässt, ist maßgebend für die Richtung und damit dem Abgangsfehler. Für diese Aufgabe hat man sich damals einen Messaufbau einfallen lassen, über den MacGyver stolz gewesen wäre. Man hat den optischen Messaufbau für Schwingungen dahingehend erweitert, indem man versuchte mittels eines elektrischen Kontaktdrahtes an der Laufmündung den Zeitpunkt auf dem Oszillogramm festzuhalten. Das Ganze ging leider schief, weil der Draht sich eher plastisch und zu langsam bewegt hat, als dass er einen scharfen Punkt auf dem Oszillogramm erkennen ließ. Der zweite Messaufbau, mit dem man dann erfolgreich hunderte von Aufnahmen machen konnte, war dann doch etwas komplizierter mit einer Hochspannungsquelle und Funkenstrecke. Hier hat man am Ende mit glasisolierten Drähte direkt vor der Mündung angebracht. Sobald das Geschoss das Glas an den Drahtenden zertrümmerte und damit einen elektrischen Kontakt herstellte, erfolgte an anderer Stelle direkt vor der fotoempfindlichen Platte ein Funkenüberschlag. Dieser helle Funkenüberschlag hat sich dann durch eine Optik als scharfer Punkt auf dem Oszillogramm abgebildet. So konnte man den exakten Zeitpunkt vom Geschossabgang auf dem Schwingungsdiagramm ermitteln. Dazu hat man noch Momentaufnahmen des Laufs mit dieser Technik erstellt, um die Deformierung fotografisch festzuhalten. Die Erkenntnis, die man daraus gewann, war, dass es sich nicht wie bisher angenommen um eine reine Grundtonschwingung mit Oberton handelte, sondern eine komplexe Kombination mehrerer Schwingungen. Maßgebend für die Richtung des abgehenden Geschosses sind dabei die schnelleren Obertonschwingungen. Das hängt damit zusammen, dass die Obertonschwingungen am Lauf sogenannte Schwingungsknoten ausbilden und diese sozusagen als Knickpunkte agieren. Die Schwingungsknoten am Ende des Laufs in der Nähe der Mündung sind dabei im wahrsten Sinne des Wortes ausschlaggebend. Der Zeitpunkt, bei dem das Geschoss den Lauf verlässt, ist also maßgebend. Das ist im Übrigen einer der Effekte, den sich Widerlader hier zu Nutze machen. Durch die Abstimmung der Pulverladung auf seine Waffe erreicht man im Optimalfall einen Bereich, bei dem das Geschoss den Lauf verlässt, während sich die Mündung sozusagen im Schwingungsruhemodus befindet. Was sind die Faktoren, die zu den Schwingungen führen? Die Faktoren, die zu den Laufschwingungen führen, sind zur heutigen Zeit ziemlich gut erforscht. Bei Abgabe des Schusses breitet sich zum einen die durch die Explosion des Treibladungsmittels hervorgerufene Druckwelle im Laufmaterial vom Patronenlager beginnend aus. Daraus folgt der Eintritt des Geschosses in die Felder und Züge, sowie die Verwindung, welche der Lauf erfährt, während das Geschoss eine Drehbewegung erhält. Die Schwingungen wandern mit mehrfacher Überschallgeschwindigkeit bis zur Mündung, werden reflektiert und überlagern sich gegenseitig, bevor das Geschoss auch nur ein paar Millimeter Weg zurückgelegt hat. Laufschwingungen lassen sich also nicht vermeiden. Wie lassen sich Laufschwingungen denn dämpfen oder minimieren? Historisch gesehen hat man die Laufschwingungen reduziert, indem man den Lauf möglichst massiv ausgeführt hat. Wie zum Beispiel beim Scharpsgewehr der Fall. Nun sind solche gefühlten 100-Kilo-Läufe für den Schützen ziemlich unpraktisch. Will man Gewicht sparen, muss man also eine andere Lösung finden. Die Lösung sind ausgeklügelte Laufkonturen, also Läufe, die eine Kontur aufweisen, die sich an der Prämisse ausrichten, die Schwingungen an der Mündung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Hierzu werden Reflexionsringe und eine Mündungsmasse konstruktiv in die Laufkontur eingebracht, welche die Schwingungen mechanisch dämpfen. Dadurch kann der Lauf wesentlich leichter ausgeschaltet sein. Vielleicht habt ihr ja euch auch schon mal gewundert, warum die dünnen Läufe der AR-15 so ölkige verschiedene Durchmesser aufweisen. Dies ist einer der Gründe davon. Eine nachträgliche Lösung sind sogenannte Abstimmringe, die man am Lauf anbringt. Durch Verschieben des Abstimmringes sieht man deutlich eine Änderung im Streuverhalten der Waffe. Die Streuung geht dann je nach Position, z.B. von einer senkrechten Ellipse in einen Punkt und wieder in einen Kreis über. Das sind typische Schwingungsbilder aus Resonanzen. Abstimmringe gehen natürlich nur bei Gewehren, welche einen freistehenden Lauf haben. Was ist mit den alten Ordenanzgewehren und Vollschäftung? Ältere Ordenanzwaffen mit einer Vollschäftung sind ziemlich unterschiedlich in ihrer Präzision. Kein Vergleich zu modernen Gewehren. Die alten Dinger können zum Teil erheblich in ihrer Präzisionsleistung gesteigert werden, indem man ihnen entweder einen modernen Schaft verpasst oder dafür sorgt, dass der Lauf nirgends im Schaft fest anliegt bzw. verklemmt ist. Bei meinem GW98 ist das z.B. so, dass der Haltering vom Handschutz durchaus fest sitzen und den Lauf unter Vorspannung setzen darf. Aber der Lauf darf am Schaft über die gesamte Länge nicht am Holz anliegen und sollte sich mit einem paar Zehntel frei in der Durchführung vom vorderen Halteband bewegen können. Ist das bei meinem GW98 nicht so, also z.B. durch festes vorderes Schaftband oder feste Laufbettung mit dem alten Trick durch ölgetränkte Papierstreifen, streut er wie eine Gießkanne, egal mit welcher Laborierung. Die Untersuchungen zeigten aber auch, dass so ein langer Lauf wie beim GW98 nicht zwangsläufig zu einer höheren Präzision führt. Dies ist wohl ein Mythos aus der Zeit der Schwarzpulvergewehre, wo nur durch einen überlangen Lauf eine ausreichend hohe Geschossgeschwindigkeit erreicht werden konnte. Ein guter K98 kann genauso präzise schießen wie ein GW98. Runterbrechen könnte man es darauf, dass ein bei gleichem Gewicht kurzer, dicker Lauf eine bessere Schwingungscharakteristik und damit Treffgenauigkeit aufweisen kann als ein langgezogener, dünner Lauf. Zusammenfassend ist zu sagen, dass vor allem die nach dem Krieg entwickelten Waffen von diesen und späteren bahnbrechenden Untersuchungen profitierten. Ein prägnantes Beispiel ist das STG 57 oder das SIG 550, bei welchem die Abstimmringe in der Laufkontur deutlich zu erkennen sind. So, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat der Exkurs in die Historie und den Hintergründen zu Laufschwingungen gefallen. Ich bedanke mich fürs Teilen, Abonnieren und Zuschauen. Bis dahin. Sehr gut. Ja, ich bin für die Stellung. Wir sehen, ignorance die Stellung der Laufkontur und wie looking Meu, klar konnte auch mit der Laufkontur lassen und die constraints durch diegelten Beで erreichen alsoinyl Gott in an einen Vielen Dank.